Tja, nur wenige Tage, dann ist es soweit, dann beginnt im Osten Österreichs die Schule. Mit diesem Schulstart verbunden ist natürlich auch die alljährlich stattfindende Aktion der sogenannten Schulstartpakete. Eine Aktion, die sich zum Ziel gesetzt hat, ganz besonders von Armut bedrohten Personengruppen, Haushalten hier hineinsprechen, Unterstützung zu geben. Denn ein Kind in die Schule zu schicken, das kann durchaus ins Geld gehen. Bezugnehmer von Mindestsicherung bzw. der Sozialhilfe sind zur Inanspruchnahme dieser Sonderaktion der kostenlosen Schulmaterialien berechtigt. Mehrere zigtausend Pakete werden bundesweit, aber eben auch zurzeit in Wien, in Ostösterreich verteilt. Der Sozialminister Wolfgang Mückstein, eben heute oder in seiner Funktion als Sozialminister, nicht als Gesundheitsminister, hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich den Kick auf den Start dieser Aktion beizuwohnen. Aber nicht nur er, auch die ÖRK-Präsidenten Schöpfer und Domschitz waren ebenso anwesend wie der Landesrettungskommandant Sartori. Diese Aktion für das nächste Jahr ist auch wieder angekündigt. Eine entsprechende Anmeldung ist nicht notwendig. Die Betroffenen und die in Frage kommenden Haushalte werden vom Sozialministerium angeschrieben. Es gibt eine Anmeldung. Die Anmeldefrist läuft am 30. Juni bzw. am 31. Juli für das nächste Jahr ab.